So, dann mal gucken, was uns in der Scheune alles erwartet. Das wird schon echt gruselig und verlassen hier. So, mal gucken. So, ich würde vielleicht gucken, dass wir eine Brechstange oder sowas bekommen. Okay, das sind die Reifenspuren. Gucken wir mal, ob wir eine Brechstange oder sowas finden. Oder so, vielleicht kommen wir da jetzt rein. Oh Gott. So, ich möchte hier nicht unbedingt freuen, wenn ich meinen. Ich weiß, was da drin ist. Oh, dann gucke ich mal ein bisschen mich um, was ich so finde. Ja. Ne, kann man nicht umdrehen. Oh, was sind wir denn da noch? Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Vielleicht haben wir ja hier irgendwas übersehen. Oh, ne Heugabel, die wollt ihr schon immer mal angucken. Ja, für Zombies auf jeden Fall. So. Wollen wir mal lösen. Hm. Ich habe sie in der Kiste. Hm. Hm. Ich habe sie in der Kiste. Ah, die gute alte Zeit. Kokain. Ja, wenn das die gute alte Zeit ist. Dann habe ich sie nicht erlebt. Oh, ein Heuhaufen. Hab ich da nie interessiert. Oh, was sind wir denn da noch? Da ist auch noch was. Die Klappe oder irgendwas? Okay. Okay. Ähm. Ich, ähm. Ich, ähm. Ich, ähm. Ich, ähm. Okay. Genau. Und jetzt können wir doch bestimmt hinten dieses, den Knopf drücken an diesem Elektrogerät, oder? Okay. Also das ist es schon mal nicht. Gut, gucken wir mal. Ah. Klettern wir mal hoch. Chloe. Can you give me a hand? Sidekick at your service. Hm. So. Überprüfen wir mal, ob es jetzt vielleicht... Hop, hop and away, Supermax. I dig having minions. So. Jetzt mal gucken. Alter Motor drinnen ziehen, ja. Wow. Naja. So wollte ich das eigentlich nicht, aber okay. So. Noch eine Etage da. Ja. So. Da ist er auf, dieser Lastenaufzug. So. Am Seil ziehen, perfekt. So. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Okay. Aber schweren befestigen wir. Ich finde eigentlich Heubein in der großen... Davor machen wir doch mal ein Foto von der ausschlafenen Eule. Oh, wie süß sie eigentlich guckt. So. Und... Gut. Dann irgendwas Schwerem befestigen. Ich glaube von hier oben haben wir jetzt aber keine möglichen. Und... Ähm. Hm. Chloe guckt dann zu, wie wir hier oben spazieren gehen. Okay. Okay. Also hier ist sie drinnen, da geht es hoch. Das heißt, da müssen wir irgendwas Schwerem befestigen. Ich würde ja fast sagen, irgendwas mit dem... Hm. Ja. Kann ich mir mal angucken. Vielleicht sagt sie was dazu. Ja gut. Um drauf zu stehen. Aber... Ja, aber ich muss irgendwie... Ja, aber... Gut. Die kann ich halt nur angucken. Ja, aber wo... Und was soll ich das dann befestigen? Das ist hier die Frage. Okay. Ja. Das ist der Eingang. Hm. Ja. Aber von wo aus? Und an was soll ich das befestigen? Eine gute Frage, würde ich jetzt mal meinen. Wahrscheinlich so ganz offensichtlich eigentlich. Jetzt holt's wieder Chloe. Oh, die kommt schon automatisch. Okay, Mann. Was? Ich kann das Seil heute auch nicht runterziehen. Klettern wir mal hoch und gucken mal weiter. So. Ja, aber das... Ja, echt. Schlaues Mädchen. Das ist das andere Ende des Seils. Was ist das? Ich seh hier nichts, an was ich das befestigen kann. Ja. Doch, natürlich. Ich bin nur... Oh mein Gott, ich muss mich jetzt wieder... Gewöhnen. Zack. Genau. Oh mein Gott. Ich kann auch die Zeit manipulieren. Wie dumm ich doch bin. So. Jetzt aber. Und jetzt... Ziehen. Und? Perfekt. Max Guyver. Wie geil das ist. Ja. Ich muss auch noch mal dran denken, dass ich ja die Zeit manipulieren kann. Ja. Ja. Ich würde sagen, dass es kaputt ist. Lüften wir doch mal das Geheimnis. Wow. Was ist das? Jackpot. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist so. Oh mein Gott. Das ist sehr schön. Das ganze ist krassig. Nein. Drei Stellig. Ich würde sagen, guck mal mal. Vier, zwei, vier, zwei, fünf, okay, zwei, vier, fünf, fünf, ah, fünf, zwei, zwei, vier, fünf, ah, fünf, ah, zwei, vier, vier, fünf, ah, zwei, vier, 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 fünf, zwei, vier, fünf, vier, fünf, vier, vier, fünf, zwei, vier, fünf, zwei, vier, Oh mein Gott, was geht dahinter ab? Es ist ziemlich gruselig hier, Essen, Wasser, Klebeband, ähm, Alter, was ist da? Oh mein Gott, wie krank ist das? Wie krank. Es ist doch krank. Alter. Oh nein, Kate, nein. Oh mein Gott, ich sollte diesen Basterd da gebrochen haben. Kate war nicht der erste. Alle diese Bindungen sind mit anderen Verwaltungen. Was ist da los? Victoria muss sich dann weiter sein. Nathan muss sich heute Abend beplanen, um sie heute Abend in der Vortex Club Party zu dozen. Rachel. Was für ein kranker Basterd. These are all, these are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe, maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh my God. Oh my God. Rachel. Kate. All these files. This place actually feels evil. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Das ist doch krank, diese Bilder hier. Da, wo der Hals aufgeht und alles rauskommt. Dann ist doch. Er ist doch krank, dieser Junge. Chloe, slow down. Wait for me. I know exactly where I'm going. Look, this is it. This is it. Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. Oh. Oh. That smell. Rachel. Oh, Rachel, no, no. Please, not her. Chloe. This must have. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Who does this? Oh, my God. Oh, my God. Das ist Rachel, der Herrsch. Oh, das ist ihre Seele. Oh, my God. Oh, my God. Bis zum nächsten Mal.